Hallo, willkommen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich präsentiere euch Patrick mit zwei verschiedenen Kendamas. Kommen wir zum ersten Kendama, das Kendama von Julien Band Shop. Verlinke ich euch in der Beschreibung. Und dann kommen wir zum zweiten Kendama, das nennt sich Kapselkendama. Habe ich mir bestellt bei Amazon. Verlinke ich euch auch in der Beschreibung. Viel Spaß bei einem Video. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020